Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Moin und Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute präsentieren wir euch die neue Baureihe 218 von ISU mit allen Funktionen und dem Fahrbetrieb. Und lasst bitte noch ein Abo und ein Like da. Vielen Dank. 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 Ich habe verstanden. Vielen Dank. 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann lasst ein Like da und abonniert, das wäre fein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.